Willkommen zurück, meine lieben Freunde, ich bin's, euer Odo. Wir sind zurück bei die Toilidium. Ah, das ist die Rückseite des Hafens, wo ich gefeiert hab. Okay, das letzte Mal haben wir mit dem Sonntagsfreund dieses... Okay. Okay, I see. Na gut, den jungen Mann werden wir also erst wieder irgendwann mal sehen. Gut, schauen wir mal, ob Kim schon zurück ist. Ah, wir hätten den Kim mitnehmen können dort. Was wir auf jeden Fall herausgefunden haben, ist, dass der junge Mann offensichtlich homosexuell ist und eine Beziehung zu irgendeinem anderen Typen hat. Okay, und die Tante ist auch nicht mehr da, die der letzten Sonntag umgeräumt hat. Oma, kannst du mir was Neues sagen? Okay, do you know who lived in the four clothes apartment? Okay, why is there a hole in the wall in the abandoned apartment? Okay. Hmm, stimmt eigentlich. Is one of the residents on a vacation, their mailbox is overflowing? What can you tell me about Cindy? Oh, ich glaube, sie mag sie. Let's go, thanks. Okay, thanks, I'm off. Wollen wir nochmal mit Cindy reden oder vorne rausgehen? Schauen wir einfach, ob der gute Kim da ist. Immerhin ist es jetzt fast 22 Uhr. Ist es 22 Uhr? Schauen wir mal. Ich glaube nicht. 21 Uhr 40, ich habe es gefürchtet. Cindy, hast du noch was zum hinzufügen? Ah. Um. Um. Ich glaube, ich verdiene nicht einmal Zeit, wenn ich Sachen frage, die ich schon mal gefragt habe. Ja, wir behalten uns. Wir behalten das. Catch you later, Cindy. Okay. Sprechen wir nochmal mit ihr. Vielleicht kommen wir auf 22 Uhr. Okay. I could use a kill like that. The rain is freezing. Okay. I'm scanning from left to right. Okay. Das war ein Fehler, ihr den Badge zu zeigen. Aber immerhin sind zwei Minuten vergangen in der Zwischenzeit. Tell me more about this track at the harbor. Yes. No, I mean like a real door to someone's house. I helped get on one for Mr. Claire. It was nothing. It had to be done. I got information. It was useful to the case. The union's militant wing organized the lynching. Everett says the wild pines sent mercenaries after the union and now once dead. Everett asked the union's militant wing to fully cooperate with the investigation. He didn't seem at all worried about the whole conflict that's developing. That's all I've got to say. Okay. Okay. Das sind keine guten Aussagen, die ich machen kann. Bleiben wir. Okay, das mit dem Einverlauf werden wir noch nicht sagen. Oder? Minister Kim nicht da und wir wollen ja nicht, dass Kim das mitbekommt. Kim glaubt sowieso schon, dass wir ein Weiche sind. To name... Nowhere. Let's change the topic. A nameless settlement down the coast nearby. Okay. Das ist wirklich interessant. You're quite fond of this village, aren't you? Okay. Das ist interessant. You've been to Martinus before. Sounds like you missed those times. Ah, ich glaube, da. Okay. If you say so. Okay. Interessant. Tatsächlich. Okay. He wants to build a youth center here for the children of Martinus. So he just said you can't buy the place. So you said you can't buy the place? Nein, weil wir haben es ja noch nicht fertig. I'd rather talk about something else for now. Okay. Okay. Let's talk some more about this. What do you do then? Nein. Hm. Hm. Nö. Und tschüss. Ist es das? Das mache ich doch glatt. Okay. Ähm. Hm. Schauen wir mal. Ich würde ganz gern Karaoke singen. Sehr gut gemacht. Hm. Und wenn Kim dann wieder da ist, habe ich so viele Dinge zu tun und komme nicht zum Schlafen. Oder kommt er erst morgen überhaupt zurück. Ich dachte, er kommt am Abend wieder zurück. Okay. Wir geben ihm noch Zeit bis 22 Uhr. Wir sprechen mit ihr nochmal. Okay. 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 Und uprising. What are the union's plans? Um. Um. The world needs a financial buffer, so no need to get emotional. The privatization is not unlawful. It's cool and sunny. Maybe you are just not historic individuals. I don't know where you heard that, but it's wrong. The RCM is principled and strong, unlike you socialists. Yeah. Let's do that. Let's. Let's. Ask those questions. Nee. Okay. Das letzte Mal haben wir offensichtlich das genommen. Ähm. Er war das. Ja, 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 ja. Oh, die zwei Polizisten sind weg. Das ist nett. Meine Damen. I bought it back. I know it means a lot to you. You should have it. Ja, so sind wir halt. Ah, interessant. Jetzt kriegen wir dafür sogar ein plus. Ähm. No, I want to. No, you're right. I don't have time for insect effects right now. Let's talk about something else. Wenn ich das jetzt nehme, ist es sicherlich böse auf mich. Ja, 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 ja. Ja, danke. Wir kennen das schon alles. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So is it dangerous? Is it valuable? Does it have cool powers? Okay. What's so special about this stick bug? Okay. Ah, ja. Wie kriege ich die Zeit rum, bis es 10 ist? Und soll ich? Zwei Minuten habe ich noch. Ah, ich könnte mir einen Regenmantel kaufen. Das ist keine schlechte Idee. Heute gibt es einen Regenmantel. Das weiß ich. Und die haben 24 Stunden offen. Das heißt, das Mädel ist noch da. Und wenn um 22 Uhr der gute Dings noch immer nicht da ist, der gute Kim noch immer nicht da ist, dann gehe ich schlafen und spreche halt um den nächsten Tag mit ihm. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Dann machen wir halt alles erst am Donnerstag. Ich glaube, da war der Dings der Regenmantel. Ja. Okay. Es ist, dass es vier dieser Dings bringt. Das bringt bloß einen Endurance. Endurance, das ist etwas, was ich sehr fähig habe. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hat irgendetwas von denen, was einen bloß Endurance bringt? Nö. Nur Elektrochemistry. Haben wir auch noch irgendwas anderes? Inland Empire, Logik, Elektrochemistry sind die absoluten Dinger. Es ist pretty cool. Was war die Jacke, die wir jetzt haben? Es ist pretty cool. Visual Calculus. Okay. Vielleicht ist der Mantel besser. Visual Calculus. Okay. Vielleicht ist der Mantel besser. Visual Calculus. Nehmen wir den Mantel. Nehmen wir den Mantel. Ähm. Wie schauen wir damit aus? Für dich. Okay. Okay. Nein, wir behalten den Hut auf. Das ist ganz okay so. Das ist ganz okay so. Also gibt es ja auch Drama. Deswegen haben wir so einen guten Drama wert. Na gut. Ähm. Ja, okay. Wir haben keine neuen Flaschen. So was haben wir da drinnen? So was haben wir da drinnen? Ah, okay. Okay. Wir brauchen das eigentlich nicht wirklich. Was sind jetzt die Geräten und der Alkohol, oder? Ah, danke. Ah, danke. Ah, danke. Ah, das haben wir schon. Das ist wahrscheinlich grau. Give me Pale Aged Vodka. Riecht wirklich 30 kostet das? Bist du irre? Und das macht auch nicht mehr als das Potent Pilsner. Ach, der Commodore Red macht nicht mehr. Kann es sein, dass es mehr Anwendungen sind? Gut. Do you sell any under the counter voices? Oh, yay. Wir haben es auf 10 geschafft. Gut. Will ich jetzt diesen Dings kaufen? Ich glaube nicht. So, wie gesagt, wenn er nicht da ist, gehen wir jetzt ins Bett. Ah, schau, der gute ältere Herr ist weg. Der Nazi. Okay, das Auto ist nicht hier. Das heißt, ich nehme an, dass er heute nicht mehr klar wird. Das heißt, ich nehme an, wir sollten ins Bett gehen. Dann machen wir das. Ich nehme an. Nein. Da ist es da. Ganz offensichtlich habe ich eine Nacht unter diesem Ding so. Ah, die Säufer sind noch da. Okay. Wir könnten uns hier noch mehr umhören. Andererseits ist es schon spät. Gehen wir schlafen. Yep. Genau, das machen wir. Morgen ist Kim wieder da. Sagen wir jetzt mal. Hoffen wir jetzt mal, dass er noch nie wiederkommt. Wir haben uns alles angeschaut hier. Was ist das? Ah, okay. Ah, und ein Spiegel. Eine Enzyklopädie-Probe und das ist eine, was für eine Probe? Hand-Eye-Coordination. Okay, das machen wir auch morgen. Go to sleep. Machen wir das doch glatt. Es gibt wieder sicher einen fürchterlichen... Wir haben heute keinen Alkohol zu uns genommen. Das wird eine schlechte Nacht. Alle Nächte sind schlechte Nächte. Und hier ist das... Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt. Bis dann. Bis dann. danke limbic system spinning in eternity spinning on empty spinning spinning tell me am i dreaming nein du bist nicht trauer gott ich habe schon wieder könnte es sein dass jede nacht mich zurück in meine vergangenheit bringt und es nur schlimmer macht als besser was ist okay okay wir sehen also wie sich alles verändert wir werden nicht auf erase gehen wir werden uns daran erinnern am ende des spiels werden wir uns selbst gefunden haben und werden mit uns selbst im klaren sein hoffentlich oder wir haben uns dann umgebracht danke limbic system danke reptilian brain das heißt i am an agent of the world but what if i want to be the agent of nothing um nochmal die erinnerung an meine liebe frau zu haben danke empathe danke empathe okay das was er gesagt hat und was da steht ist anders why feel the pill under your cheek drei stunden sind drei stunden danke logic ihr seid bei weitem besser als die zwei idioten vor allem du logic ich mag dich sehr aber das liegt vielleicht an mir als person nicht an harry wir haben uns geheilt wir haben uns geheilt wirklich meinst du empathe das wäre mir nicht aufgefallen echt jetzt meinst du wait wait i thought i thought i thought things were going pretty well let's get right to it what needs to be done ich nehme mal an ich what exactly is my responsibility i thought i was assigning responsibility for the murder all right give it to me i'll accept responsibility i thought i was assigning responsibility for the murder all right give it to me i'll accept responsibility okay okay do you really have time for all this okay danke volition okay and who should sit on this committee also ich oh kim and what happens once we've assigned responsibility okay 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 ich muss zugeben diese gespräche sind nie ganz klar ob sie um den fall gehen oder um mein leben okay i'm prepared to take on this awesome burden oder you know what this sounds like a drag nein nein wir machen das natürlich okay das schauen wir uns jetzt noch an take on the responsibility form a committee of moralists to assign responsibility they might know where to start okay falls wir kim je wieder sehen können wir ihn ja fragen gut meine lieben herrschaften das war's für heute ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns das nächste mal wieder bis dann tschüss euch bis dann